jetzt da du eine versicherung für dein fahrzeug abgeschlossen hast kannst du bei morse mutil insurance anrufen um einen anspruch geltend zu machen wenn da ein versicherungsfahrzeug verloren geht oder gestohlen wird also okay dann ist das jetzt mein fahrzeug ist okay ganz interessant okay ich habe gleich schon mal eine lotelle rein gemacht du kannst deine gefahrzeuge auch in rennen verwenden je besser dein fahrzeug ausgerüstet ist desto größer ist eine chance auf den sieg okay machen wir später irgendwann mal ich gucke jetzt mal was so für anrufe sind es ist da ich werde langsam nervös hallo fremde hast du interesse an einer kleinen kopfgeldjagd es gibt mir jetzt genug verbrecher da draußen die den namen des gesetzes kommt schnapps sie oder tüte sie wenn nötig ich schicke dir gleich eine datei ok hat er noch nicht gemacht dass da okay ich habe was perfektes gefunden da sind ein paar alte spielhallen bei vizs bank for closers so blau kann ich nicht lesen perfekt für deinen casino job bist du dabei guck mal mal okay das hat ja richtig viel gebracht ich werde langsam nervös willst du diesen casino job nun oder nicht geht zum mails bank for closers und kauft ihr eine spielhalle ach so e mail was haben wir hier schatzsuche benutzt das foto und dieser e mail um den fundort des schatzes zu bestimmen ach gott ich kenne doch die map noch nicht ach gott sollt ihr von mir da weiß ich überhaupt nicht was sein soll ich kenne die map ja noch überhaupt nicht richtig muss erst wissen wie gut du schießt bevor du etwas für mich erledigen darfst dann zeigt was du kannst gerald ok doch mal dass jetzt ist das war später zeit plus flats schon markiert hier oder was das team standing also aber der meinte jetzt irgendwas von der spielhalle das sind fragezeichen schatzsuche da könnte ich jetzt auch hinfahren das ist das macht mich jetzt gerade ein bisschen heiß hier ne warte ach so er hat einen hinweis bekommen wo das schwein sich auffällt brauchen wir dazu nicht aber vielleicht mal ein paar waffen erstmal wollen wir denn hier mal ein ammonischen da sind ammonischen mit schießstand sowie noch ein dichteres ammonischen oben wir können auch erst einmal hierhin fahren ich hole mal erst mal ein paar waffen oder sowas mit der aktionsmenü kannst du festlegen wer dein persönliches fahrzeug benutzen darf ok aber wie sagt mich würde jetzt noch interessieren versuche ich jetzt mal rauszufinden wie ich beziehungsweise wo geldautomaten sind dass ich mein geld mal aufs konto bringen kann das habe ich noch nicht so raus so richtig finde ich keine 3.000 dollar mit mir rumschleppen galerie ok einstellung erst mal später nee das wollte ich jetzt auch nicht geldautomat wird mir jetzt aber ach so der will nur ertunen hat der jetzt kurz ein bisschen schiss dass der mich jetzt auch klatschen will weil so ne leute gibt es halt die dann einfach nur klatschen okay ammunition bingo suburban tattoo studio ziel ist denn so ein geldautomat keine ahnung aber wie speichert er das hier hat nicht nee ich würde halt wie gesagt echt gerne mein geld einfach mal überweisen aber vielleicht kommt es noch vielleicht kommt ja noch mal ein tipp ich weiß es nicht oder oder schreibt mir mal wie ich das jetzt wie ich ein geldautomat jetzt hier finden kann weil ich habe jetzt gerade ungern 3000 dollar in bar mit wenn ihr versteht was ich meine denkt man ist verständlich wenn ich sterbe dann ist alles ein bisschen doof ich will jetzt aber erstmal ein paar waffen kaufen weil das ist vielleicht gar nicht mal so eine scheiß idee so dann gucken wir mal da unten ammunition das ist doch schon mal gut panzerung anzusehen ja eine panzerung wäre vielleicht gar nicht mal schlecht ach ne hier schwere panzerung rechte panzerung ach darf hier alles noch gar nicht das ist ja schade mal gucken wir mal beide waffen eine pistole ok ein farbton es geht immer alles gleich von der bank runter hier ein bisschen schuss kann ich schaden ha 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 ok oh das ist alles so teuer ey In Graketenwerfel, toll, ist denn der 75.000? Wollen wir erstmal mit der Ptole zufrieden sein? Gesägtes Schrotfeld, wo waren die Pistole jetzt hier? Buffen. Atomisierer, okay. Ach, wir bleiben erstmal dabei. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017